Kommt schon, lass mich mal durch, ich will auch was sehen. Hey, na, was sagt ihr jetzt, hm? Was ist denn hier los? Bob hat seine Trompete fertig. Du meine Güte, was für ein Krach. Mir gefällt das, du bist wirklich klasse, Bob. Ich und klasse? Vielleicht kann ich in einer Blaskapelle mitspielen, wenn ich viel übe. Was meint ihr? Sollen wir ihm sagen, dass er, ähm, ähm, nein, wir wollen ihm ja nicht wehtun. Oh, sei nicht so gemein. Bob spielt, spielt doch mit viel Schwung, Heppo. Spielt mit viel Schwung, Heppo. Ich finde, die Trompete klingt ziemlich verbeult. Ich hoffe, der wird bald mal müde und geht ins Bett. Können wir das aushalten? Nein, können wir nicht. Ich finde das nicht schlecht. Puh. Ich weiß wirklich nicht, worüber er euch beklagt. Ich habe prima geschlafen. Geschlafen? Bei dem Radau? Ich wette, Bob ist heute Morgen furchtbar müde, nachdem er die ganze Nacht Trompete gespielt hat. Jetzt hat er bestimmt erst mal... Oh, genug. Bob, hör mal. Deine Trompete... Die ist gut, was? Wenn man bedenkt, dass ich sie selbst gemacht habe. Ja, aber das meinte ich nicht. Weißt du, wir, äh... Ja, ich könnte sie verstecken. Komm mit, Buddel. Wir müssen an die Arbeit. Mach schon, Heppo. Das ist unsere Chance. Das hast du gut gemacht, Heppo. Da fegelt er sie bestimmt nicht. Oh, 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 nein. Was war das? Was? Äh, oh, nur das allmorgendliche Gerassel. Ja, okay. Dann tr rappe es euch. Wir sehen uns